Break home und weiter geht's Ladies! Crysis spielen wir und wir sind, naja... Langsam neigt sich glaube ich wieder den Ende. Stellt euch nicht so an! Ich bin doch da! Nicht nachlassen, lass das Ding nicht in die Nähe des Exfiltrationspunkts! Exfiltrationspunkten, ja, machen wir. Ihr könnt's nicht stoppen! Verdammt, wir kriegen das Ding nicht rein! Welches Ding denn? Da ist ja einer. Hallo? Scheiß Backe, ihr seid. Stiert! Nicht doch! Scheiße! Das Ding stirbt einfach nicht! Robert, los! Ops! Das ist noch was, ah, da ist einer. Keine Munition mehr, das ist nicht gut. Ach, das ist auch noch eine Flak für mich frei, ist ja schön. Dann benutzen wir die auch direkt mal. Und... Oh, schick zurück zurück! Du verdammter Bistar! Prost! 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 Echt? Wo ist denn hier... Oh, was ist das denn da? Prost! 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 Ich hab' mit dir auch noch. Stirb, Spacko. Das ist jetzt nicht so zu vielen Stellen hier, die Scheiße. Oh, oh, oh. Hallo? Da hinten. Ja, 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 ich komm schon, kein Problem. Ja, der ist kaputt. Ich weiß, ich überlebe ihn als Einziger wahrscheinlich. So wie ein Helfer? Bist du jetzt so ein gechillter Typ, der rennt in der Klappe hier rum? Ist mir egal. Starten Sie, Walter! Überlassen Sie den Bastard hier! Was ist mit Ihnen, Meter? Ich bin ein Marine! Ich laufe übers Wasser, wenn es sein muss! Alles klar, Jesus läuft. Oh, ein echter amerikanischer Held. Genau, Kriptierung ist geburt. Oh ja, ein echter amerikanischer Held. Wie, wie, wie der, wie Burger King, ja? So ein echter amerikanischer Held ist der Typ. Warum kann ich eigentlich nicht eingreifen? Oh, Rat hat er verfolgt oder wo? Hier ein bisschen rumballern. Oh, wie jetzt nicht gehört. So ein bisschen Krieg machen. So. Dann mal gucken, was jetzt abgeht. Ich glaube, jetzt muss ich hier den Drex-Heli noch fliegen oder was das hier ist. He, Drex, was weiß ich, was. Oder Dinge hier halt. Okay. Halten Sie sich fest, meine Herren, die Vorhersage. Scheiß Sturm. Im Tal vor uns wimmelt es von fliegenden Feinden und so ein Wetter habe ich auch noch nie erlebt. Ich kann nichts machen auf dem Video. Ist ja langweilig. Jaja, na Papa macht das schon. Wie geht das? Ja. 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 So. Dann kommen wir hier wieder aus der Scheiße raus, oder? Ja. Das ist ja alles so schwammig. Ja. Ich arbeite dran, ich versuche zumindest, ja. So, ja. So, ja. So, was next? Äh, what, whatever. Fuck the duck. Das ist ja hier mal ein bisschen in den Luftraum, ja. Äh, ich möchte hier hoch. Ey, das steuert sich. Ich wünsche dir Scheiße auf den Kino. Ich, 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 hoch, 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 gut, bitch. So. Natürlich. Mach ich. Ich rette jetzt die scheiß Welt, wie immer. Kein Problem. Drecks, den können wir aber ruhig ein bisschen fixer. Ah, ja. Fixer geht doch. Scheinbar. Vom Eis wegbleiben. Oh nein. Oh nein. Wir können sogar rollen. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was macht der? Warum macht der das? Ist ja blöd. Hallo? Mach das Ding hin. Warum? Was soll denn der Dreck jetzt hier? Mach doch nur hier raus. Warum? Boah. Was macht das denn? Warte, warte, ich bin jetzt hier. Ein abgefuckter Bug hier. Gebt doch nicht. Oder bin ich in so einen Wirbelsturm da reingeflogen oder so ein Kack. Das könnte natürlich sein. Ja. Ja. Ich bin vorbei. Hoffentlich. Irgendwie. Es ist kalt hier. Ja. Natürlich. Wie immer. Ich sicher hier alle ab. Ich bin hier der Commander. Kein Problem. Ich kann das. Möglicherweise. Schon sehr motivierend. Die Schüsse hat erste Drecksdingen schon ab wieder von uns. Oh, 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 oh. Oh, oh. Stirben. Oh. Aber da fährt sie hier so, äh, fliegt sich. Da hat es ziemlich beschissen echt noch. Er ist in etwa so, wie in diesen Alien Dingen da drin errettt. Das hat sich ungefähr genauso angefühlt. Irgendwie noch Träger. Ja, ist echt. Und wenn ich die ganze Zeit aufpassen muss, dass ich nicht abstürzen, das sind natürlich auch noch so ein Ding. So, haben wir noch irgendwelche Kollegen hier, die einen auf den Sack wollen. Ja, das ist von mir, da ich ganz so wenig laber, aber da ist hier, ich muss mich hier geistig jetzt völlig, bin ich ausgelassen mit diesen Drecksdingen, das ist ja beschrecklich, ist das, ja, beschrecklich ist das. Er ist mir ja in Ruhe, schrecklos. Kein Problem, ich hab keinen Bock auf den Konvoi. Gute Idee. Komm zurück. Positiv. Kommen Sie zurück, so lange Sie noch können. Die Normen entwicklingen zur Basis zurück. Folgen Sie uns, wir bringen Sie hier raus. Irgendeine Mutter gleich auch hier raus, lass mir in Ruhe, Drecksviecher. Ah, eins müssen wir mal lassen, dieses Drecksding hier hält unglaublich viel aus. So. Irgendwie langweilt mich das aber trotzdem. Wir müssen weg von dieser Insel. Das macht irgendwie nicht ganz so viel Spaß. ... Bin ich ich eigentlich auf dem richtigen Weg oder bin ich hier völlig falsch. ... ... ...